Was geht ab zu dir los? In meinen nun drei Jahren auf YouTube habe ich schon sehr viele von euch treffen dürfen. Ihr habt mir Geschenke gemacht beispielsweise, so wie die Pina. Danke für deinen Hut. Und natürlich haben wir auch sehr, sehr, sehr viele Selfies gemacht. Nur das Ding ist, ich habe noch nicht jeden von euch treffen können. Deswegen dachte ich mir... Ich gehe auf Tour. Auf meiner Tour erwartet sich Musik. Kommt sie immer näher und zieht mich in ihren Bann. Und dann habe ich natürlich auch meinen Cousin Takwa Tululu mit am Start, der für ein bisschen Freestyle-Comedy sorgen wird. Ich habe ein Problem mit der Affung. Einige von euch werde ich auch mit auf die Bühne holen. Die werden tanzen, abspacken, Autogramme gibt es natürlich auch. Und wenn es deine Freunde nicht geschafft haben, dann schicke ich ihnen auch eine liebe Sprachnotiz. Das nächste Mal, wenn du hörst, Joker ist in Town, er grüßt euch. Wir werden natürlich auch Selfies machen, bis wir umkippen. Und damit ich in deine Stadt komme, checkst du einfach mal in meine Beschreibung. Dort findest du einen Link. Und ja, da klickst du einfach nur drauf und votest für deine Stadt. Vote dafür, dass ich in deine Stadt komme, damit ich dich treffen kann. Endlich mal. Okay? Also ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ich würde sagen, bis dann! Mein Name ist Joker Tonilu, a.k.a. TheFreshPrinx auf YouTube. Und wir sind Familie Tonilu! Ach ja, wo wir schon dabei sind. Du kannst mir auch sehr gerne auf Facebook folgen, so. Weil dort lade ich auch Videos hoch, so. Ich weiß, das ist gerade voll die Promo, aber egal, ich mache einfach, weil ich Bock drauf habe. Was willst du dagegen tun? Du kannst nichts dagegen tun! Was willst du dagegen tun? Du kannst nichts dagegen tun! Folg mir auf Instagram, Facebook, Snapchat, überall! Peace! 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 Peace!